Haben Sie hier eine Lieblingskarikatur? Herr Jordan, alle meine Karikaturen sind meine Lieblingskarikaturen. Ich habe gewusst, das war eine falsche Frage. Aber das ist ja so. Weil ich bin ein eigenartiger Typ. Wenn Sie mir jetzt hinlegen, zehn Hieronymus-Zeichnungen, und sage ich so, die beste aussuchen, ist das jeden Tag anders. Das ist halt so. Wenn man eigenartig ist. Also es gibt ja keine Lieblings-Zeichnungen. Es gibt ja schon, muss ich schon sagen. Zum Beispiel die Julius Raab-Karikaturen, die ja so wie er in Japan war, mit Stäbchen, Knackwurst ist. In all meinen Büchern ist die eher drin. Kommt da nicht vor, weil da sind ja nur Wahlkarikaturen. Ich habe ja bitte elf Bundeskanzler hinter mich gebracht. Einstlich durch den jetzigen. So wie viele immer waren. Ja, ja, ja. Elf Bundeskanzler. Und wenn Sie jetzt vergleichen, sind im Büchern ja da alle drin. Ja, ja. 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 Ja, ja.